Ein herzliches Willkommen hier vom Schlossteich. Sie fragen sich sicher, an welchem... Anna hat gerade einen doofen Weg hier gewählt. Um welchem Schlossteich es sich hier handelt, sieht man natürlich explizit sehr genau. Die Zuschauer unter ihnen wissen das sofort. Gucken wir nochmal was die Anna macht. Hat sich verfahren. Liebe Zuschauer. Ein Eisloch.